Ah, hier geht's lang. Warum bin ich so dumm? A.V. 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 Gehe doch das Blitzen. Warum zum Geier willst du nicht? W. A.V. 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 Bitte endlich. A.V. 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 Jetzt haben wir endlich das gefunden, was wir finden wollten. R.I.R.I.R.I.R. ihr geld essen geld 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 noch mehr geld reiche man hätte auch hier oben drüber kommen können wir speichern noch mal und versuchen da drüben drauf zu kommen schaffen wir ok das bringt es nicht das ding trifft ein so gute frage wie macht wie kommen wir da lang welche reichweite das ding wohl haben wenn ich nicht bis dahin da rein wir könnten natürlich versuchen ihn zu übernehmen da lalala hallo keiner interessiert mich lift die repeat dass man halt nicht an dem punkt rauskommt wo man ihn besetzt hat ist halt kacke das heißt wir müssen den einfach ausschalten ja 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 gut gut dann halt hier rein hopp noch hier runter gehen geht's und jetzt wische ja 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 wo gehen wir halt hier alles aber wenn wir halt gesehen werden wir im instant gesehen damit killen wir das wollen wir nicht so das ding aus schön ich da kommt keiner die bloß nicht hier hin und bist doch und erneut warum musste er auch gerade da lang gehen es hat keine not hat keine not dass er dahin muss dass der dass der da hingegangen ist wie viele schlafpfeile haben wir noch drei da läuft da bei el commodore A.V. 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 Bisschen gleich. V.I.V. V.I.V. Danke für dein Stuff. Der schlichteste Assassini überhaupt. Also hier haben wir Kugeln. Da haben wir gar nichts. Da haben wir eine Alarmanlage. Wieder so ein Schockpritzel-Dings. Da ist wohl die Langstelle für. Äh. Wartbolzen brauchen wir nicht. Die gucken da munter fröhlich nach draußen. Das Alarmsystem ist aus. Er guckt nur in die Richtung. Auch kein anderer mehr zu sehen. Hopp dich. Über uns ist nichts. Das sind noch Waffen. Kohle bis Kohle. Essen. Ich bin wieder normal da. Handbolzen. Das ist jetzt wahrscheinlich den kompletten Turm hoch. Um auf die andere Seite zu kommen. Und hier werden es wahrscheinlich noch ein paar von den Wachen rumgeistern. oder auch nicht. Rup! Rup! Autsch! wenn ich einfach mit dem sprung hinspringen geht doch mädel festhalten ich stehe mich an wie die der erste bob als erstes machen wird das strom pritzel links aus als nächstes die alarmanlage ee sagen wo guckst in die richtung so du weg du weg alles meins brandpolzen hinlegen jetzt geht es hoch auch noch nicht leise sein weil hier ist niemand wo da ganz oben bis dahin wo gehst du denn noch hab dich bring dich mal runter zu deinem kollegen komm ups da ist jetzt naja bisschen schwund ist immer weiter benutzen das ist bestimmt ganz schön laut brandbolzen 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 landbolzen brandbolzen Ganz oben liegt noch was. Ich habe ein bisschen Geld, Kabelwerkzeug. Was passiert, wenn ich jetzt den Schalter drücke? Wir speichern in unser Glück mittlerweile. Okay, wir haben die Brücke hochgefahren. Ja, was da ist? Ja, wir haben die Brücke hochgefahren. Ja, wir haben die Brücke hochgefahren.